Hallo, Chats. Digga, es hat mich so weggeschallert, ne, Chats? Und das ist gestern Abend noch schlimmer geworden, deswegen gibt es kein Intro für euch. Lasst trotzdem gerne auf gute Besserungsbasis ein Lick und Abo da und kommentiert mit Hashtag GIFT und eurem Insta, um bis zum 24. eine PSN- oder Autogrammkarte zu gewinnen. Viel Spaß mit dem Video. 19 Uhr und wir gehen rein, Chats. Naja, HeroPick ist da. Oder eins von zwei HeroPick. Und wieder 82 PlusPicks. Es ist absolut kein EikePick da. Ja, Bruder, Base HeroPick weiß ich jetzt nicht, Digga. 4 und 8 schon 5 mal. Okay, es ist halt ehrlich nicht teuer, ne. Wie auch wiederholbar, zweimal wiederholbar. Ja, geht für Chat. Oh, ein Showdown kam raus. Wartet. Corbos. Ja, mit 3, 4 noch nie in meinem ganzen Leben gesehen irgendwie. Und Eraso. Auch mit 3 Stern-Skills. Äh. Okay, nice. 30 mal was? Nein, 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 nein. Er babbeln scheiße. Okay. Okay. 75 bei 82. Zwei garantierte UEFA Team of the Group Stage. 30, 84 Plus-Spieler. Nein, nein, halt's im Ault. Also das ist das ekelhafte Zustand. Also das ist ja geisteskrank. Das ist der geisteskrank. Ey, Bruder, EA will Weltbrenn sehen. Das ist das krankeste Pack, was es bis jetzt gab, glaube ich. Oder, Chat? Also von rein Zahlen-Technik. Okay, warte, wir gehen bei Evos rein. Das ist diese Evo. Ja, ihr könnt Schimanski machen an die Fanat-Fans. Zwei mal die gleiche. Aber warum ist die zwei mal die gleiche, Chat? Fuck, okay. Boah, 30 mal. 84 Plus-Pack. Ist geisteskrank, Chat. Also guck mal, ich sag euch ganz, ganz ehrlich. Ich erwarte, ich erwarte zwei UCL-Heroes. Ja, UCL-Hero. Okay, Taremi ist auf der Group-Stage. Auf der Group-Stage. Ich darf? Ey, wenn ich einen Bänger ziehe, mein Hals ist kaputt, ne? Oh, Digga. Sound-Skill. Oh, Taremi. Und was ist dahinter? Ja. Boah, ich weiß nicht, Digga. Freigang. Du fuhr. Das hat die viele Werte. Ach, Digga. Also wir haben viel Futter. Aber wir werden safe, glaube ich, jetzt Eusebio schaffen eigentlich. Es ist trotzdem nicht worth, boah. Es ist trotzdem kein W, ne? Jetzt ein Gentleman. Let's go. Was ist das denn? Wer ist das? Du fuhr? Okay. Du fuhr? Und... Oh, mein Gott. Nicht mal ein UCL-Hero. Boah, nicht mal ein UCL-Hero. Hä? Ra... Nein, nein, nein. Das ist ein Ella. Das ist ein Ella. Kane, Mainyan, Bronze, Raum. Ach, du Scheiße, Bruder. Hero Pick, zwei Stück, Bro. Also eher zwei Stück. Boah. Fart ist cool, ist real top. Okay, Bruder. Er hat sich der Beste, aber auch nicht der Schlechteste. Komm mal. Ach, du Scheiße, Bro. Ey, die Hero Picks sind so am Hängen. Die sind so Müll, meine ich. Wir haben original vier spielbare Heroes. Das ist Ramirez. Das ist Ginola. Das ist Yaya. Und das ist Lucio. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde mittlerweile ein Cordoba. Ist nicht krass. Ah, die Natale. Die Natale und Company auch. Ja, okay. Bruder, die Wahrscheinlichkeit, von denen sechs zu ziehen, ist sehr, sehr, sehr gering. Ja, verstanden. Okay, sorry. Jede Hero spielbar. Ja, seht ihr? Seht ihr das? Ob ihr das sehen könnt? Seht ihr das? Ich wollte euch doch nur warnen, aber ihr wolltet nicht. Okay, wir gehen rein. Wir gehen rein. Oh. Hä? Hä? Oh, Company. Company. Doppel-Walkout. Die Champions League der Hitter. Hä? Oh, Sieben ist doch gar nicht. Ziehbar. Hä? Warte mal. Oh, Sieben ist doch Road to the Knockout. Man kann Oh, Sieben aktuell doch gar nicht ziehen. Das ist ein Road to the Knockout. Kein Team of the Group Stage. Vielleicht macht der Partner, der Partner, dem geht's auch gut. Ey. Das Pack gibt zweimal. Warte mal, warte. 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 Ah, Bonnie Face. Hä? Ich wusste gar nicht, dass es Pack zweimal gibt, Chat. Ich glaube, es kommt jetzt wieder, Usi, man. Ich bin ehrlich. Ich glaube, es kommt jetzt wieder, Usi, man. Warum wusste ich das? Warum wusste ich das? Sag mir, warum wusste ich das? Nein, nein. Warum wusste ich das? Es war... Nein, nein. Es ist ganz komisch gerade, Chat. Kann sein, dass daran liegt, dass ich Fieber habe. Ich glaube, ich fühle mich gerade so, als würde ich wahr sagen können. Stapf, oder? Also... Ah, ey! EA hat zum Mini-Release wieder die Road to the Knockouts reingepackt. Also ein paar. Ah, ich war gerade so verwirrt. Sorry, Chat, ich war jetzt ernst. Also an die, die... Ach, keine Ahnung. Wer ist das? Neutschland. ZDM. Freigang. Ey, warte. Kann Freigang Upgrades bekommen, Chat? Und Bonnie-Face. Ne, kann nicht. Ich dachte, Freigang ist ein Road to the Knockout. Ah, okay, das Peck. Bernardo. Ne, war auch nicht gut. Auf die Group Stage? Wartet. Ricken vielleicht. Ah, wieder Freigang. Freigang? Und Pope. Ah. Glück, Mann. Raseri. Testegen. Das ist so krank, dass sie ey ein 30x480 droppt, ne? 3000 Points vor 30x... Hallo? Risse? Oha. Okay. Risse kommt vor den Team of the Group Stage. Das heißt, der Team of the Group Stage ist eigentlich... Es könnte Hummel sein, glaube ich. Risse UCL und... Manchmal hasse ich es recht zu haben. Ja. Da war auch immer so Auge wie Auge. Ich denke nur realistisch, Digger. Nein. Kanu. Kanu UCL Hero. Okay. Was ist der hinter? Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digger. Es ist die ganze Zeit... Oha. Fuck. Oha. Oder 1, 2, 3, 4, 4... Und Neymar auch noch drinnen. Und Couture und Ruben Dias. Nein, nein. GG's. Das ist das. Ja. Du fuhr. Und Bonnie Face, Digger. Meet, Groß, Parero, Grish. Ja, das ist das wilder Aspekt gewesen. Ja, man sieht die ganze Zeit Bonnie Face. Also, Z1, UCL Hero Banger. Der ist doch nicht so... Was ist das? Hero Deutschland ZM Kessler. Boah. Nadine Kessler. UCL Hero 90. Das habt ihr euch noch gar nicht gesehen. Und UCL Hero. Oh mein Gott. Ey, die haben jetzt auch schon zum dritten Mal gezogen, Chad. Ach, Bruder. Aber mal ein gutes Pack, Bruder. UCL... Ah, Entschuldigung. Bruder. Ich hab mir so gesagt. Zwei UCL Heroes in einem Pack. Zwei UCL Heroes in einem Pack. Kostet nicht so viel, aber Bruder. Und UCL. Das ist geil, das ist ein W-Pack. In meinen Augen. Das ist ein W-Pack. Wartet. UCL Hero. Deutschland. Z2M. Hero. Hero Doppelworkout. Digga, heizt's Maul. Nein, nein, nein. Dreckhand. Wartet. Ich weiß noch. Ich fang keine Ahnung, was die Pointe, was gerade passiert, ne? Wer ist das? Dabatov? Oh. Doppelworkout Hero. Bruder. Und noch... Und noch eine normale Hero? Bruder, er hat drei Heroes in einem Pack gezogen. Wartet. UCL Hero. Ich kann das nicht mehr heute. Taremi. Taremi. UCL Hero. Dahinter. Come on. Bruder, warum hat dieser Rick eine glatze Digga? Er sieht aus wie Eminem, Bruder. Nein, nein. Er sieht aus wie... Michael Schofield. Ja, war okay aus Peck. Parties and Walkouts. Ja. Laporte ist Karten, Bro. Hab ich gesehen. Der Ehremann ist... Der Ehremann ist Karten, Laporte. Ich gucke. Wir beobachten kurz die Lage, Chat. Okay, er ist kein Ehremann. Ja, ehrenlustiger Rotzer. Was ist das? Bodyface? Digga, warte mal. Zweimal Europa League? Hör. Das ist die andere Europa League. Boah, Luis Diaz. Ey, die Karte war mal bei fast einer Million, Digga. Ja, Rest ist Futter. Scheißegal. Digga, Boah, Luis Diaz kostet sie mit 100.000 Coins. Er hat mit dem Pick einfach eine Million gemacht, wenn er alle verkaufen könnte. Wo ist das? Z2M. Freigang. Wer ist das? Bodyface. Save. Save, 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 save. Bodyface, ja. Oh, das Pick war maximal... Maximal Arsch. Oh, wer ist das? Deutschland? Hummels. Hummels oder Inform. Hummels oder Inform. Wer ist das? Boah. Was? Sonn-Inf... Nein. Nein. Wie viel kostet Sonn? 400.000 Coins kostet Sonn. Warum ist der so billig? Hero Pick. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Der hat zurückgekommen. Ein Pick ist zu gut. Ich spüre, es ist zu gut, Bro. Die Hero Picks sind doch nicht kacke-chat. Die Hero Picks sind doch nicht kacke-chat. Ey, Bro, mein Herz... Mein Herz sticht wieder, Chat. Mein Herz sticht wieder, Chat. Fuck. Ich bin ruhig besorgen. Ich bin ruhig besorgen.